Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 25.02.2020. Und ich denke, wenn der eine oder andere jetzt auf das Video guckt, die Wolken, wird es so bei dem einen oder anderen im Kopf ausgesehen haben. Das sind Chaos-Wolken. Das ist absoluter Wahnsinn gewesen, was unser DAX weggerocht hat. Also es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn gewesen, was der gemacht hat. Wenn ich mich zurück erinnere, wann wir sowas in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gesehen haben, das ist mindestens zwei Jahre her. Mindestens. Februar 2018 haben wir Ähnliches gesehen. Ähnliches Verhalten, ähnliche Bewegungen. Da kam noch so ein Tag hinterher. Also, ich spreche mal gedanklich zurückversetzt vor fünf, sechs, sagen wir mal vor sieben Jahren. Ist das ein Tag gewesen, wo ich direkt früh Long reingegangen wäre, direkt weiter Long ausgebaut hätte, Positionsgröße erhöht hätte, irgendwo vielleicht unten nochmal eingezahlt hätte, nachgelegt hätte, nachgelegt hätte, nachgelegt hätte. Mittlerweile bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass man damit keine Blumentöpfe gewinnt. Weil ein, was beim Training ganz, ganz wichtig ist. Es gibt solche Tage immer mal wieder. Nicht in dieser krassen Ausprägung, aber es gibt sie auch in kleineren Stufen. Es gibt sie in Kombination über zwei, drei Tage hinweg. Und es sind Ausnahmetage ohne Frage. Es sind Tage, an denen Setups, die sonst funktionieren, auch in der Regel nicht funktionieren. Das ist einfach so. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Die Frage ist bloß, verliert man an so einem Tag, dann weil man diszipliniert arbeitet, nur das eine Ticket, nur zwei Tickets, oder ballert man bis zum letzten Atemzug noch Long dagegen? So wie der gefallen ist, glaube ich, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass 80 Prozent der Leute hier die ganze Zeit gegengeschlagen haben. Bis zur letzten Minute noch. Sonst hätten wir den Stoß hier hinten raus nicht gekriegt. Denn, ich weiß auch, wie es bei mir war, da hört der Tag halt auf, wenn der Tag zu Ende ist. Und dann sitzt man da, schlägt die Hände auf den Kopf zusammen und sagt, na ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Wenn man dann sieht, was man da für Kohle eigentlich runtergehauen hat. Und ich will jetzt hier nicht die Moralapostelei ohne den Prediger raushängen lassen. Um Gottes Willen, bitte nicht. Aber ich möchte denjenigen, die heute hier richtig auf die Nase gekriegt haben, die sich nicht unter Kontrolle gehabt haben. Und das sind viele gewisse, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass mindestens 75 Prozent hier ihren Instinkten nachgegangen sind. Und das ist das Problem. Instinkte halt. Dass man sich einfach vom Markt reinzwingen lässt, dass man sich auf den Markt einlässt und ihm unterstellt, dass er anormal handelt und dass er wieder in die Normalität rein muss. Das macht er aber dann nicht halt. Und das spielt er einem bis zum Abend durch und peitscht die ganze Zeit raus. Und deswegen dürften diejenigen, die hier auf die Nase bekommen haben, auch richtig auf die Nase bekommen haben. Weil wenn man sich hier auf den Markt drauf eingelassen hat, dann definitiv ist dann erst Schluss gewesen, wo Aua ist. Also das sieht einfach aus hier. Ist ein Short Trigger drin, ein Pfeil nach unten. Klar könnte ich mich hinstellen, ist doch easy. Aber so ist es doch nicht. Das ist nicht einfach. Wir haben hier auch einen Long reingestellt. Einen, bei dem wir schon gesagt hatten, da könnte man eher dann sogar, das ist Griff ins fallende Messer, man könnte eher sogar das Risiko dann rausnehmen. Der ist dann rausgestoppt. Das kann ich auch vertreten, wenn ich an einem Tag hier ein Ticket verliere. Weil ich in dem Sinne auch nicht die Absicht hege, nach 500 Punkten da nochmal einen Short reinzulegen. Aber es ist was anderes, wenn ich die ganze Zeit gegenhaue und nicht mehr damit aufhören kann. Selbst wenn ich merke, dass ich falsch handle, ich aber selber nicht damit aufhören kann. Die ganze Zeit da sitze, nein, Martin, du darfst nicht noch ein Ticket und dann kommt da noch ein Ticket rein. Und ich kenne das noch gut aus alten Zeiten, dieses Verhalten. Und ich bin da echt froh, dass ich das in dem Sinne auch reglementiert und abgestellt bekommen habe. Und ich möchte alle nur dazu animieren, die so einen Tag gehabt haben, nicht die falschen Schlüsse draus zu ziehen. Denn so eine Tage kommen immer wieder, auch in anderer Form, in ähnlicher Form, nicht unbedingt genau jetzt so. Und das muss man in den Griff kriegen. Und man muss sich dann auch festnehmen, dass das, was einem da heute passiert ist, dass das nie wieder passieren darf. Also man muss es wirklich aktiv angehen. Man muss nicht zwingend jetzt sich hinstellen und sagen, Ah, dann hätte ich doch alles anders gemacht und würde ich doch immer meine Trades einfach laufen lassen. Dann hätte ich doch so viel mehr Gewinner. Dann kommt wieder so eine Marktphase und dann funktioniert das auch überhaupt nicht mehr. Also denken Sie daran, Marktphasen wechseln sich. Bewegungsmuster, diese Art und Weise, wie der Markt eine Bewegung abarbeitet, die verändert sich. Demzufolge verändern sich auch bestimmte Techniken und Methoden. Das ist aber was, das ist nun nicht, also klar wissen wir nicht, wann es kommt, aber wir wissen, dass es kommt. Das heißt, wir müssen uns als Trader auch darauf einstellen. Wir müssen auch damit rechnen, dass nach so einer langen Seitwärtsphase, wo es immer wieder funktioniert, ohne Stop-Loss zu handeln, ab einem gewissen Punkt das eben nicht mehr funktioniert. Und ich weise da auch immer wieder darauf hin, wenn ich sowas merke, um Sie da zu unterstützen. Aber im Endeffekt machen Sie es nun so, was Sie machen. Und deswegen ist es wichtig, damit aktiv zu arbeiten. Man muss sowas abtrainieren, man muss sowas wegkriegen. Und in dem Punkt würde ich dann auch das gut sein lassen. Im Punkt über, das ist sowas, das gehört nicht in eine charttechnische Analyse. Das ist Seminargegenstand, das ist Basiswissen, das ist Grundlagenkenntnis. Wie mache ich Risikomanagement im Trading? Und wer da Handlungsbedarf hat, der muss dem nachgehen. Das ist einfach so. Das kann man auch nicht wegreden. Und es gibt Leute, die kriegen das einfach selber auch nicht in den Griff. Und da hilft es einfach, auch mal andere zu fragen, wie die das können. Also ich will damit, ich glaube, diejenigen, die haben genug gelitten, die sollen sich jetzt hier nicht noch von mir verkaspert fühlen. Das ist wirklich nicht meine Absicht. Ich will Ihnen bloß sagen, ich habe das auch früher so gemacht. Und es funktioniert einfach nicht. Man kommt so nicht in die Profitabilität, wenn man immer wieder so agiert. Wenn man sich immer wieder mit einem Tag dann das ganze Ergebnis von Wochen und Monaten kaputt macht, das funktioniert nicht. Das habe ich jahrelang versucht. Nein, also so geht es nicht. Andersrum geht es. Aber nicht so. Es ist okay, wenn man jetzt hier auf die Nase gekriegt hat, aber man muss es beschränken. Man muss es begrenzen und irgendwo in den Riegel reinsetzen. Das darf sie nicht ruinieren, halt so was. Okay, gut. Der eine oder andere, der wird vielleicht sagen, was denn ist doch alles gar nicht so schlimm und ich habe hier gar nichts gemacht. Glauben Sie, da gab es genug Leute, die sich da an dem Tag jetzt nicht unter Kontrolle gehabt haben. Das sind Tage, die spielen mit den Instinkten. Und da muss man bloß früh schlecht drauf gewesen sein und man springt voll drauf an und dann nimmt der Markt einem weg, was man da nur geben kann. Wie geht es jetzt aber weiter? In der Regel kommt nach so einem Tag oft noch ein Tief, ein Bereinigungstief. Das kann ein schnelles Tief werden. Wenn ich mir den Stundenchart so anschaue, müssen wir jetzt hier vielleicht sogar schon auf die zwei Stunden überspringen. Die Volatilität ist extrem hoch. Aber wir warten damit mal noch einen Tag ab. Ich will jetzt erstmal den Dienstag sehen, wie der Dienstag kommt. Der Dienstag wird nämlich unheimlich entscheidend, was wir da jetzt kriegen. Aber wenn hier die Volatilität so bleibt, wenn der weiter anzieht, müssen wir auch wieder eine Zeiteinheit wechseln. Was Sie hier unten auffällig sehen, hier ist noch ein offenes Gap. 12,935. Das wäre nun relativ leicht anzulaufen. Wenn ich mir den so angucke, Wenn ich mir den so angucke und mal die Bewegung hier reinsetze, sehen Sie, hier steht das untere Bollinger Band um die 7,50. Und ich glaube, wir werden dort landen zum Dienstag nochmal. Also ich kann mir vorstellen, dass wir auf die 7,50 schlagen und erst von dort wieder in eine Erholung reingehen. Und damit halt noch alles raushauen, was hier rauszuhauen geht. Und das wäre meine Erwartungshaltung für den Dienstag. Einmal da unten rein und wieder zurück. Warum da unten? Ich erkläre es Ihnen auch gleich noch auf anderer Ebene. Da liegt das Futter für unseren DAX. Da liegt das Futter für unseren DAX. So. Und ich könnte mir tatsächlich was in die Richtung vorstellen. Das wäre so meine Erwartungshaltung auf der Unterseite. Sollte der Markt positiv eröffnen, müsste man aufpassen. Das sieht man sehr häufig, dass nach so einem Tag ein Aufwärtsgap kommt. Und der dann aber trotzdem auf ein neues Tief stürzt. Also da nicht irritieren lassen, bitte. Wenn ein Aufwärtsgap reinkommt, das direkt abverkauft wird, sieht man häufig zum Dienstag. Wichtig ist, Vormittagstiefs sind sehr häufig. Auf einem Dienstag nach so einem Montag sehr, sehr, sehr häufig. Kommen zum Nachmittag noch Tiefs. Also Normalfall wäre jetzt, DAX erholt, also DAX schlägt unten noch einen Tief. Hier unten 830, 900, keine Ahnung, irgendwie in die Ecke. Er holt sich über den Mittag und geht hier hoch. Das wäre Idealzustand. Macht er das so, haben wir gute Chancen, dass wir Mittwoch, Donnerstag hier auch nochmal ein bisschen höher laufen können. Sollte der Kerl aber Mittag nicht rauskommen, sich nicht erholen können von diesem Vormittagstief. Und macht zum Nachmittag noch weitere Tiefs. Gehen Sie davon aus, dass der noch so einen Tag hinten dran stellt. Gehen Sie davon aus, dass der noch locker auf die 500 gehen kann. Und da sehe ich jetzt schon, das wird nichts mehr auf der Zeiteinheit hier. Das wird nichts mehr auf der Zeiteinheit. Dann gehen wir runter. Und gehen wir runter auf die kleinere Zeiteinheit. Das heißt, kommt unser DAX hier unten jetzt nicht raus. Ja, das sieht ein bisschen ordentlicher aus. Da ziehen wir mal hier noch die wichtigen Niveaus nach. Diese sind jetzt zu finden hier unten noch an der 450. Hier oben im Bereich um Dinks. Wir haben hier ein offenes Gap um die 27. Der Bereich wird wichtiger. Der Bereich ist wichtig. Der Bereich ist wichtig. Und dann können wir da oben wieder auf die 2 Stunden, wenn wir da nochmal runtergehen sollten. Das sind jetzt die wichtigen Niveaus. Den nehmen wir nicht mit. Nee. Nee. Ja. So gehe ich. Wir machen es mal so. Also, das sind die wichtigen Punkte. Was ist jetzt hier auffällig? Wir haben das letzte markante Tief. So, und da bin ich vorhin jetzt abgebrochen. Und da sind die markanten Stopps. Äh, da liegt das Futter. Ne? Da sind jetzt alle Stopps. Gehen wir mal an den Tagesschart. Sehen Sie es noch deutlicher. Zack, zack, zack. Jetzt kommt er so angeballert. Das lässt er sich nicht nehmen, hier mal drunter zu klopfen. Wir haben die mittlere, äh, die 200-Tage-Linie um die 785. Die EMA 200. Und wir haben die SMA 200 um die 650. Ein Aufschlag von oben auf die 200-Tage-Linie wäre bei der Bewegung nicht unüblich. Deswegen, 650, 785. Das wären für mich jetzt die zwei Bereiche, die relevant werden. Wir haben 590 Punkte Abwärtspotenzial gehabt. Wir müssen, und da erinnern Sie sich vielleicht noch an gestern, beziehungsweise an das Video für den Montag, im Trend beschleunigt der Markt eher nach hinten raus. Das heißt, die Kerzen werden eher länger, bevor es dann so eine Umkehr kommt. Sprich, wir sollten hier auch definitiv 500 Punkte Bewegungsspielraum einplanen. 500, 600 Punkte. So, und da sind wir schon in einem Bereich, wo wir sagen müssen, 12.372, 12.400. Ja, also eine 12.500 ist ja nicht abwegig, meine Freunde. Ja, also um das einfach nochmal klarzustellen und auch bewusst zu machen. Denn es könnte hier echt, echt rumpeln. Also, ich würde favorisieren, wir gehen runter auf 785, kommen von dort hier hoch, setzen einmal hier drüber und erholen uns hier an dieses Niveau, um vielleicht mal einen Doji zu generieren. Sollte der Markt es nicht halten, sollte der Markt hier nachhaltig drunter klatschen, Sollten wir 6.40 bis 5.50 einplanen. Oberhalb hätte ich, wenn es der Markt über die 12.1, muss man gar nicht so quer denken, sollte es der Markt über die 12.060 schaffen, hätte Erholungsspielraum bis 200 ran, von 200 dann sicherlich erstmal wieder zur Seite, später weiter hoch Richtung 300. Das wäre auch schick. Könnte dann auch zusammen übergehen. Jetzt machen wir hier noch das ein bisschen hübsch. Ich mache mal die ganzen Dinger schick. So wird ein Schuh draus. Ja. Oberhalb von 300 hätten wir dann noch Platz bis an die 450 ran. Das vielleicht auch noch mit zu erwähnen. Ja. Und alles da drunter, das ist noch Risiko. Risiko, deutliches Risiko. Unterschätzen Sie das nicht. Da kann sogar noch mal so ein Tag hinterher kommen. Haben wir im Februar damals auch schon mal gesehen. Ja. Also. Aufpassen. Diszipliniert arbeiten. Im Zweifel halt einfach mal einen Tag auslassen, bis er wieder ruhiger wird. Wenn man sagt, das ist überhaupt nicht meins, ich komme hier nicht klar. Und wenn Sie einen Tag hatten mit Totalschaden, tun Sie sich auch einen Gefallen, versuchen Sie das nicht an einem Tag wieder auszugleichen. Na, also, ich kann das gut, mich gut entsinnen. Geklappt hat es tatsächlich erst, dass man, als man, als ich, wenn so einen krassen Tag gemacht habe, und das versucht habe, in kleinen Schritten wieder aufzuarbeiten. Na, also, wenn ich einen Tag habe, wo ich, was weiß ich, 8000 Euro verliere. Oder sagen wir mal 800 Euro. Dann sollten die nächsten Tage so sein, dass ich durchaus versuche, 100, noch mal 100, noch mal 100, das stückchenweise einfach wieder aufzuarbeiten. In der Regel ist nämlich der Markt auch viel wackeliger am nächsten Tag. Der schwankt zu hin und her. Und man ist dann immer wieder lange vorne, realisiert aber einfach nicht. Und der Markt läuft wieder zurück auf einen Stand, dann läuft er wieder vor. Man realisiert aber nicht. Weil man immer wieder auf diesen alten Verlust hin tradet. Und damit macht man sich diese ganzen Wahrscheinlichkeiten beim Trading sowas von kaputt, wenn man dann nur noch Depotstand tradet. Und dann können sie auch, also dann können sie sich auch, können sie die Katze daneben stellen und können sagen, wenn die maust, dann gehen sie long. Wenn die nicht maust, dann gehen sie short. Also das hat keinen Sinn. Also es funktioniert auch einfach nicht. Nachweislich nicht. Da spielt man nur mit Glück und das hat man in der Regel genau dann eben nicht. Okay. Also ich will auch nicht zu viel Apostelei und Klugscheißerei hier raushängen. Es lässt sich immer leicht sagen im Nachhinein. Ich hoffe, dass es mir auch nicht so ausgelegt wird. Es ist wirklich eine, es soll nicht, es soll keine Klugscheißerei sein. Es soll sie einfach, es soll einfach helfen. Und ich habe es doch gesehen, wie viele es nicht hingekriegt haben. Wie viele einfach dem Drang nachgegangen sind, da dagegen zu hauen. Das ist nicht gesund. Das muss, das muss weg. Wir werden so einen Tag mit Glück, also was heißt mit Glück, vielleicht sehen wir jetzt morgen noch so einen, aber dann haben wir bestimmt erstmal auch wieder ein halbes Jahr Ruhe vor solchen Tagen. Dann kommt wieder so eine Seitwärtsgeschramme hier. Stückchen weißer, hangelt er sich hier hoch, lässt uns alle glauben, wir machen eine Flacke und plötzlich steht er doch wieder da oben. Also das soweit. Jetzt haben wir die Eckpunkte abgesprochen, haben ein bisschen über Trading gesprochen. Große Wetterlage müssen wir aber auch reden, weil so ein Tag, der macht einen Schaden. Jetzt ist Dienstag, Dienstag kennen Sie, Turnaround, Tuesday, das kennen Sie. Sollte der Dienstag das nicht hinkriegen, diesen Turnaround hinzukriegen, dann wird es übel. Sollte der den zum Dienstag hinkriegen, sollte der sowas hier hinkriegen, dass er hier eine Einbahn durchtippt und sich stabilisiert bekommt, glaube ich, kann sich der DAX auch die Strecke wieder erholen. In dem Moment, wo er aber hier unten rausbricht, nämlich aus diesem Fenster hier, hier unten aus dieser Formation rausbricht, also, in dem Moment, wo die Kiste hier komplett auflöst, das hier, das, in dem Moment, wo das hier auflöst, ist das ein vollendetes Topmuster. Und dann wäre der weitere Bewegungsverlauf im Grunde eigentlich der. So, sprich, scheiße, das ist nicht gut. Also, das ist deutliches Abwärtsrisiko, was unser DAX da noch hat. Und da sprechen wir schon um ein paar Punkte, die er sich ableiten lassen kann. Würde hier oben die Linie nochmal von oben triggern, würde die 200-Tage-Linie abholen. Von daher ist es sehr, sehr, sehr wichtig, wie unser DAX sich jetzt zum Dienstag hier verhält, inwieweit ihm jetzt wieder eine Stabilisierung gelingt. Für diejenigen, die unbedingt long wollen, würde ich schon vorschlagen, einfach mal abzuwarten, bis die nächste grüne Tageskerze kommt. Sowas hilft auch einfach. Dann hat man nicht so diesen Drang, unbedingt da immer das absolute Tief treffen zu müssen. In dem Moment, wo sie sagen, wenn dann eine grüne Tageskerze kommt, wie zum Beispiel auch nach diesem krassen Abverkauf. Hier. Also hier so stark runter ist, einfach hier die nächste Kerze abwarten oder eben die und selbst wenn sie nach der noch reingehen und den Stopp los und das Tagestief legen, haben sie im Trend in die Bewegung reingehandelt und kommen mit. Auch hier, nach dem krassen Abverkauf, einfach die grüne Tageskerze abwarten, die dann kommt, Stopp drunter legen und dann kommt man schon eher dann mit, wie wenn man jetzt hier ins fallende Messe die ganze Zeit an jeder Stelle rein versucht, reinzubuttern, um das zu kriegen. Das klappt nicht. Das klappt einfach nicht. Lassen Sie den kommen, lassen Sie den machen. Und sowas sieht man halt häufig, dass der sich dann richtig noch auskotzen kann. Ich persönlich plane zum Dienstag schon ein, dass wir hier drunter gehen. Ich glaube, der macht das. Ich glaube, der holt sich die Stops. Der holt sich die ganzen Stops, die hier drunter liegen und nutzt vielleicht sogar mal unter die 200-Tage-Linie. Wenn er nicht gar sogar noch mal so eine Kerze hinstellt. Und wenn, dann wird die wahrscheinlich sogar noch mal größer als die Kerze. Also, dann sind wir hier, in dem Bereich. Das muss, das muss, das muss im Kopf klar sein. Guck mal hier. Voll durchgerotzt, richtig krasse Abwärtsbewegung, dann kommt da noch so eine und dann kommt da noch so eine. Und erst dann kommt eine Gegenreaktion. Erst dann, hier die Gegenreaktion und da sehen Sie auch schon, das wurde nicht belohnt. Wurde direkt wieder weitergegeben und dann kam was? Seitwärts. Kommen erst mal wieder Seitwärtsphase. Genau da, wo alle lange halten wollten, wo alle ihren fetten Verlust mit einer ewig langen Position aushalten wollten, nichts realisiert haben und der Markt immer wieder hier runter. Also, schwierige Situation, ohne Frage, nicht schön. aber kriegen Sie hin. Bleiben Sie bloß diszipliniert, bleiben Sie vernünftig, kontrollieren Sie die Einsätze. Nur weil viel Bewegung da ist, muss man nicht unbedingt viel Gewinne machen. Es ist eher so, dass die meisten dann viele Verluste machen. Also da nicht zu dolle Ködern lassen und planen Sie ein, dass hier noch so eine kommen kann. Erst mal, Stabilisierung muss jetzt rein, da muss eine Stabilisierung kommen. Kommt die, kann man schauen, ob man vielleicht mal was nach oben probiert, ob man was aufbaut. Kommt hier keine Stabilisierung, dürfte das eher nach unten weiter durchfeuern. Das ist einfach so. und da sind wir auch bei dem Thema Monatschart. Der Monatschart ist glaube ich sogar noch, ne, ist nicht mehr grün. Ist schon hier oben angeschlagen. Und wenn ich das sehe, ganz ehrlich, wir haben es oft genug gesagt, bis Mitte März ist noch viel Zeit, da muss ich ja keinen Stress machen. Aber das hier ist scheiße. Das ist der zweite Monat hintereinander, an dem er sich von einem Allzeithoch nach unten wegflüchtet. Und wenn der jetzt hier noch drunter geht mit dem Monatskloß unter das, dann läuft der aufs mittlere Band zurück. Und dann sind wir bei 12.1.30. Weil das ist echt, das ist echt Versagen dann hier, ne. Der Monat ist noch nicht vorbei, ich will das hier noch nicht zu sehr vorgreifen. Weil die Kerze sollte man bewerten, wenn sie fertig ist. Und die ist erst fertig am 29. am 28. Also Ende der Woche ist die Kerze fertig. Aber das ist nicht gut. Also das sieht nicht gut aus, weil dann packt er das hier nicht. Dann muss er nochmal Schwung holen. Und das wird dann eher der Bereich hier. Ja. So, und dann hat er hier nochmal eine Chance aufzuholen, aufzutauchen. Und dann nochmal hier oben die Kanalkante in Angriff zu nehmen. Aber wenn er das dann auch hier unten vermasselt und dann hier weg bricht, also dann sehen wir hier so eine quasi eine ABC. Also hier runter, zack, und dann sehen wir das dreiteilig. Dann macht er hier so eine dreiteilige Bewegung. Also, das auf jeden Fall. Von charttechnischer Seite haben wir Schaden angerichtet. Wir haben großen Schaden angerichtet und wir müssen sogar obere Ziele jetzt erstmal mit Vorsicht nehmen. Wir brauchen jetzt noch, wir brauchen jetzt Bestätigung, wir brauchen jetzt Tagesschluss, Wochenschluss. Das muss ich jetzt zeigen, dass das nicht bloß eine Fintikerze war. Aber ich glaube, das wird auch nicht bloß eine gewesen sein. Ich warte ja eigentlich nur drauf, dass jetzt diese ganzen Gewinnwarnungen von den ganzen Unternehmen kommen. halt, ne? Also, dass die jetzt den Moment nutzen, wo sie sagen, der Aktienkurs ist eh im Arsch, jetzt können wir auch einfach mal kurz sagen, hey, ich sage, wir schaffen unsere Ziele nächstes Jahr nicht wegen Produktionslieferketten, Zusammenbrüchen in China, wegen fehlenden Teilen, wegen geschlossenen Fabriken, wegen, keine Ahnung. Also, ich rechne damit, dass die das jetzt bringen halt, ne? Und das könnte schon nochmal ein bisschen rumpeln. Also, bleiben Sie bitte sorgsam. Ich habe es oft genug jetzt aber auch erzählt, 21 Minuten habe ich mir jetzt hier schon rausgequält. Machen Sie sich das Leben nicht zu schwer. Besiegen Sie den inneren, den inneren Schweinehund dort an der Stelle. Ne? Vor allen Dingen ihren Instinkt. So, und an alle, die hier bloß, die gar nicht getradet haben, die trotzdem ihr Aktiendepot versinken sehen, dort müsste man letztendlich sogar sagen, technisch gesehen, noch kein Grund zur Panik, aber ein großes Alarmzeichen ist es schon. Also, auch die Ausprägung des Tages, das ist, ich wette fast, hier kommt noch so einer hinterher. So viele, die mir geschrieben haben, dass sie jetzt noch mal Geld nachgeschossen haben, so viele, die bis zur letzten Minute da noch Long gesucht haben, die wahrscheinlich sogar noch Long übers Wochenende mitnehmen, über die Nacht mitnehmen. Ich glaube, wir kriegen ein kleines Aufwärtsgap, dass wir die noch mal reinkötern, dass die noch mal richtig in Long-Motivation bleiben, sich bestätigt fühlen und dann spült man die den ganzen Dienstag noch mal unten durch. Also, das wäre typisch, das wäre vom psychologischen Verhalten des Marktes, wäre das eigentlich jetzt Parade. Das wäre, das wäre eine technische Parade. Kurz nach oben antäuschen und dann komplett alle wieder den ganzen Dienstag unten rausschmeißen. Bis der Letzte merkt, der kommt nicht wieder hoch. Und ich glaube, den Punkt haben wir noch nicht erreicht. Jetzt haben wir auch einen Premium-Dienst geschrieben, jetzt glaube ich 17 Uhr mit dem Mail. Haben wir auch geschrieben da. Ich gehe nicht davon aus, dass die Leute schon bereit sind von Long abzurücken gedanklich und dass ich deswegen da auch noch mit weiteren Tipps auch rechne. Okay, meine Freunde, ja, krasse Sache. Also, hätte ich das so kommen sehen, hätte ich Ihnen gerne gesagt, das habe ich nicht, also in der Ausprägung, das habe ich nicht erwartet, dass der hier auf 300 fällt, ja, dass der vielleicht noch eine 230 holt, ja, aber das ist ja schon Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, alles klar, also, ich wünsche Ihnen viel Erfolg zum Dienstag, gutes Gelingen und ciao. Dann, das ist ja schon. wenn ich Ihnen ein paar Mal sehen, ein paar Mal wie gut. Also, ich da, das war, das war, das war, das war, das war. Vielen Dank.